hallöchen leute ich habe etwas schönes bekommen es ist im endeffekt jetzt der prolog zum kleinen info video bzw zu meinem ja zu meiner kleinen diskussionsrunde was ich gesagt habe in meinem netten info video und jetzt ist das gekommen worauf ich die ganze zeit gewartet habe sogar vier tage bevor dem eigentlichen release das neue album von as i like dying wunderschönes wegen wir werden es jetzt hier gemeinsam auspacken ich werde jetzt mal die folie entfernt zusammen mit dem fsk 12 mit dem fsk 12 siegel so jetzt noch einmal richtig zum genießen moment ich stelle hier gerade mal auf manuellen fokus na da es allein da ein awaken so bin ich schaffe ja gut was ist drin es ist drin die cd natürlich das wird die cd sein ja es ist die cd so und es ist drin die dvd das sieht so aus dazu haben wir dann ein schönes kleines booklet da sieht schon allein die erste seite sehr sehr geil aus ich hoffe die ist scharf so wir gucken weiter ich drehe mich jetzt gerade mal so ein bisschen damit ihr das auch alles sehen könnt haben wir hier das album jeweils texte über die leute die da mitgemacht haben denke ich mal und haben hier sogar die lyrics drinnen ja wir haben hier die lyrics drinnen mit den kommentaren von den einzelnen bandmitgliedern haben wir wirklich kompletten die kompletten liriks denn der greater foundation ist drinnen resilience oder resilience ist drin ein schönes foto der band wir haben hier den netten drama sänger alles mögliche dabei wunderbar im studio aufnahmen wer die band auf youtube verfolgt hat auch regelmäßig die ganzen studio updates hoffentlich gesehen die auch sehr sehr geil waren also da habe ich seitdem seitdem ich das gesehen habe die ganzen sachen feiere ich das album auf übelste art und weise und alter ist das geil das ist richtig geil hier haben wir noch weitere wieder die ganze soundtexte sind dabei alter ist das eine geile scheiße das ist mal ein album alter richtig geil sauer also das muss ich sagen so sieht es von vorne aus so von hinten ich bin total geflasht also ich freue mich wirklich darauf dieses album jetzt einzulegen und das zu hören es wird ein genuss ohne gleichen nebenbei merke ich muss jetzt gerade mal so ein bisschen mein zimmer zensieren während ich hier gerade mein anderes älter album rauskram nämlich shadows are security wenn ich mal das jetzt so ein bisschen vergleiche ja die jungs haben sich was einfallen lassen gut leute ich hoffe das video hat euch gefallen das ist jetzt nur ein sehr kurzes video ich weiß gar nicht wie lange ich das hier gebrauche und ich freue mich das jetzt durchzuhören ich werde es nachdem ich das album durchgehört habe werde ich so ein kleines resümee darüber ziehen und ja denkt dank fürs einschalten wir sehen uns